Hallo zusammen, ich bin der Florian und ich freue mich, dass ich heute hier bin und mit dem Olaf zusammen über den AbinCleaner zu sprechen. Ja, hallo Florian, schön, dass ich hier sein kann. Oder ich habe mal eine Frage grundsätzlich zu dem Thema. Wie ist das? Es gibt ja Beize, mit denen ich Schweißnähte reinigen kann, aber das ist ja ein komplett anderes System. Was ist denn der Vorteil von so etwas gegenüber einer Beize? Ja, wir arbeiten ja elektrochemisch mit einem Elektrolyt, wir haben auch keine Beizränder nach dem Arbeiten und eine sofortige Passivierung der Oberfläche. Das ist interessant. Jetzt habe ich auch schon so ein paar verschiedene Geräte diese Richtung im Markt gesehen. Da ist es aber so, was ist denn der Vorteil jetzt von unserem AbinCleaner, speziell gegenüber den anderen Geräten im Markt? Also wir haben sehr, sehr kompakte Geräte und trotzdem sehr, sehr leistungsfähige Geräte. Wir arbeiten hier mit einem Dauerstrom von über 80 Ampere und haben ein reines AC-Gerät, nur zum Reinigen oder ein AC-DC-Gerät, mit dem man Reinigen und Polieren kann. Das ist interessant. Also das ist ein richtiges Profigerät gegenüber vielen anderen. Genau. Gegen der Leistungsfähigkeit und es ist trotzdem sehr, sehr leicht und kompakt, wiegt also nur 8 Kilo. Und es kann damit also sehr gut im Wettbewerb bestehen. Jetzt muss ich sagen, ich hatte ja schon mal so ein Gerät in der Hand und die sind ja oftmals mit einem, ich sage mal, wie ein ganz normaler Pinsel ausgestattet. Da finde ich, da tut mir schon irgendwann, so am Ende vom Tag, die Hand ein bisschen weh. Genau. Das war unser Ziel, uns auch ein bisschen abzuheben und wir sind ja auch spezialisiert ein bisschen. Das heißt, wir haben hier einen richtigen Handgriff, einen Profigriff, der sehr ergonomisch ist. Ja, und der also auch für die Wickschweißer keine große Umgewinnung bedeutet, weil er im Prinzip die gleiche Handfertigkeit hat. Man kann gut damit arbeiten, kommt gut überall dran und es ermüdet also die Hand auch nicht. Aus welchen Materialien ist denn das Gerät gefährlich? Ich meine, wir sprechen hier über ein Reinigungsgerät. Muss da auf irgendwas speziell geachtet werden? Genau. Wir arbeiten halt mit Elektrolyten, die sehr sauer sind und dadurch also gegenüber gewissen Materialien sehr korrosiv sind. Das heißt, wir verwenden hier also säurefeste Kunststoffe, PTFE, was sehr säurefest ist und auch die hohen Temperaturen aushält. Und haben hier den Kohlefaserpinsel, der also mit 1,5 Millionen Fasern sehr gut reinigen kann. Das heißt, diese eine Million Kohlefaserborsten sind gegenüber den anderen Produkten. Ich kenne das noch mit so einem Vlies. Früher wurde das mit so einem Vlies gemacht oder dann mit so einem Drahtbürsten-ähnlichen Gerät. Das heißt, eine Million, über eine Million Kohlefaser? Ja, genau genommen 1,44 Millionen Fasern. Jede Faser hat sieben Müs, also nochmal dreimal dünner als menschliches Haar. Und wir kommen halt überall hin. Der passt sich also jeder Form an, jedem Spalt an und kommt so in jede kleinste Ecke rein. Okay, jetzt, wenn ich mir so ein Material angucke, ich habe das schon gesehen, es gibt ja die verschiedensten Geräte da. Es gibt aber auch ganz viele verschiedene Chemieprodukte. Und da gibt es oftmals eins zum erstmal reinigen, dann gibt es eins, um danach diese Schweißnaht aufzubereiten. Und dann gibt es nochmal Nachbereitungsmittel. Wie lösen wir das denn hier? Genau. Das war uns halt auch sehr wichtig, das möglichst sehr anwenderfreundlich zu machen, sehr einfach zu halten. Wir haben also eine Flüssigkeit, All-in-One-Cleaner. Mit dem können wir reinigen, polieren, anschließend gleichzeitig passivieren. Und zum Abspülneutralisieren benutzen wir ganz normales Wasser. Das heißt, das wäre jetzt nochmal so für mich so eine Frage, wenn ich jetzt damit gearbeitet habe, muss ich oder muss der Kunde jetzt da speziell nochmal irgendwas benutzen zum Reinigen? Oder wie reinigt man denn danach das Werkstück? Einfach eine Sprühflasche nehmen, mit Wasser absprühen, einen Lappen nehmen, einen Stofflappen oder ein Papiertuch nehmen, einfach trocken putzen und fertig ist die Geschichte schon. Das heißt, ich bin mit allem, was ich jetzt hier sehe, komplett fertig und kann direkt loslegen. Sie können sofort oder du kannst sofort loslegen, der Anwender. Ist relativ einfach, sehr kostengünstig, sehr umweltfreundlich und wahnsinnig schnell und flexibel. Olaf, vielen Dank für die Informationen und alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.binzel-abicore.com.